Probleme mit dem Hund Wir hatten einen sehr unruhigen und hibbeligen Hund. Ständig hat er die Laufschuhe von uns zerbissen, aber auch andere Gegenstände wurden von unserem Jack nicht verschont. Seit wir mit den Hunden Online-Training begonnen und tolle sinnvolle Beschäftigung für unseren Hund gefunden haben, bleiben die Schuhe und die Gegenstände in der Wohnung ganz und der ständige Bewegungsdrang hat sich sichtlich verringert. Probiert es selber aus und klickt auf den Link zum Hundertraining. Bis zum nächsten Mal.